Ja, es hat dann doch nicht mehr so geklappt, wie ich mir das gedacht habe. Wir meinen Zeit später und ja, wie man sieht, Sommer ist weg. Genau wie das Wetter draußen, das habe ich auch noch nicht gemacht. Wir haben noch 8 Tage für... Ja, achso, die sind schon verfügbar. Ah, ich glaube, ich verstehe. Das hier könnten wir noch machen, da haben wir noch 21 Stunden zur Verfügung und mir fehlen noch 10 Stück. Also, nein, ja, ja, 11 Stück fehlen mir noch. Deswegen würde ich tatsächlich sogar sagen, dass ich heute mal die Tagesmission liegen lasse. Ne, machen wir in letzter Zeit ziemlich oft, obwohl klein Timmy wieder ruft. Zumindest fürs Erste, also wenn ich das gleich noch schaffen sollte, nach dem goldenen Apfelarchipäer. Ich muss nämlich noch einkaufen, Hundefutter. Ne, dann vielleicht, aber ja. Muss ich gucken, wo wollte ich denn eigentlich hin? Also hier meine ich. Ich gucke mal, glaube ich, nicht hier war ich schon, ne, oder? Ne, das war hier oben. Hm, ich glaube, aber hier war ich auch schon. Hm. Muss überlegen, wo ich noch... Hier hatte ich, glaube ich, schon. Wo ich noch was finden könnte. Ich gehe mal hier gucken, ne. Ich meine, die hat man ja zum Teilweise auch erst gesehen, wenn man drüber geflogen ist. Vielleicht nehme ich auch das Boot und schwimme da so ein bisschen drum. Ich meine, die Steuerung ist jetzt nicht so die beste, aber dafür soll es reichen. Ich will nur die Echo sammeln, weil ich fand die ziemlich interessant. Würde ich zumindest drin haben. Ähm. Hier nehmen wir mal Ciao. Ne. Ich hoffe, dass Golden Apfel Archipäe bleibt auch als Dings. Also hier als Map. Ich finde es eigentlich ziemlich süß. Wird halt ungern, ähm, mich hierher zu hetzen lassen. Ne, wenn schon das mit dem Minispiel, ne, nicht so lief. Ah, ne, da waren wir schon, ne? Ja, ja, da waren wir schon, okay. Ähm. Hier haben wir, glaube ich, auch schon. Man kann ja trotzdem mal gucken. Ne. Obwohl da hinten ist noch eine Truhe. Also habe ich Hoffnungen, dass da eventuell vielleicht auch noch eine Muschel ist. Uns fehlen ja noch elf. Schnecken. Nicht Muschel. Schnecken. Wir irgendwie müssen die ja sein. Nö. Und sonst muss ich googeln. Ich meine, wir können ja herausfinden, welche uns fehlen. Und dann dementsprechend, ne? Das sollte ja noch das Thema sein. Wut? Okay. Passe deinen Winkel an und wirf die Windsegen-Hapasta durch die Hymnenringe, um das Element der Windsegen-Hapasta so zu modifizieren, dass es dem des Hymnenrings entspricht, wodurch du mit den Hapasta passende Elementarziele zerstören, Vorrichtung, Freischalten und Belohnung erhalten kannst. Wirbelringe können die Flugbahn von Windsegen-Hapasta verändern und sie dazu bringen, sich zu drehen. Reprisenringe können bewirken, dass Windsegen-Hapasta, die sie durchfliegen, sich in zwei Hapasta teilen. Ah ja. Wenn du mit einigen der Ringe interagierst, kannst du ihre Position oder die Richtung, in der sie zeigen, ändern. Einige dieser Ringe bewegen sich von selbst, also hab ein Auge auf sie. Ich wollte das eigentlich gar nicht machen. Ich weiß nicht mal, was ich da... Ja. Was das soll? Ich wollte hier nur nach, ähm, diesen blöden Schnecken suchen. Was heißt blöde Schnecken, ne? Ich mag die ja. Ich find's ja ziemlich cool, dass man da so ein bisschen Story bekommt. Hier ist auch keiner, ne? Na gut, kämpfen können wir ja. Da ist ein wenigstens etwas drin. Ähm... Achso. Kannst du mal? Aber weiter runter gefällt, ist es nicht, ne? Na komm. Ah ja. Wenigstens etwas. Ähm... Aber auch hier ist keiner, ne? Ja. Okay. Vielleicht sollte ich doch noch mal mit den Booten so ein bisschen fahren. Weil das meiste haben wir eigentlich schon abgesucht. So grob, flächig. Fleckig. Deswegen, äh... Ja gut. Das hat jetzt nicht so gut geklappt. Ähm... Ist das die da... Ah ja, das ist die da vorne. Mal gucken. Hier. So ein Boot können wir schon mal zumindest rufen. So. Yes. Ach. Schon wieder falsche Taste. Ähm... Ich würde erstmal geradeaus auf die Insel fahren. Äh, ja. Fliebe ja gut. Äh, zu der Insel, ne? Darauf fahren wollen wir ja nicht. Ein bisschen doofes Boot. Ich denke, das wird dann kaputt gehen. Ähm... Hm. Wir lassen uns nicht beirren von denen, ne? Hm. Ich wüsste nämlich sonst nicht, wo wir noch was finden. Das ist mir gerade echt ein Rätsel. Ansonsten müssen wir tatsächlich, äh... Oh, Google. Was fehlt uns denn noch? Genau, zeig mal. Lassen wir mal anzeigen. Äh, Lieder der fernen Heimathammer. Fremde in einem fremden Boot fehlt uns noch einer. Unglücklicher Vater. Entscheidende Route. Vertraute Stimmen. Und Insel Vergangenheit. Also doch, ja. Na ja, klar. Aber doch einige. Oh. Achso. Wir klemmen fest. Wir klemmen! Dort erklärt natürlich schon einiges. Hm. Gucken wir mal noch mal ein bisschen auf die kleine Map. Weil, ne? Wegen... Ah, ja, hier. Ich hab da was. Hier ist nur was. Ein Boot war anscheinend doch eine gute Idee. Ja. Hä? Was? Wo? Warum? Wie? Wo denn? Ja. Wo sind die? Sind die hier drin, ne? Ah, ja. Verzahre. Muss man nur sagen, ey. Können wir nicht einfach hier Gegner hinpacken und dann, äh, ja. Auf den Glück, ne? In die Sorge. Moin. Was ist das Retribution? Ja. Und dann noch so schwer, ey. Hier. Hat sich jetzt Erfolg gelohnt. Naja, wir hätten ja sonst die Dings nicht aufheben können, also von daher passt es schon. Ähm, da. Da kommen wir wieder raus und dann können wir die Schnecke aufsammeln und dann haben wir's. Müssen wir aber erstmal wieder... Hier. Kann ja was werden. Das kann ja was werden. Das kann ja was werden. Wir sind hier lange genug, dass wir bereits versucht, alles, was du denkst. Huh. Als ob Sie Islander wissen, woher zu starten würden. Wir sind die Piraten von Inazuma. Verrückt all across the ocean. Vielleicht können Sie ein paar Dinge lernen aus unserer Expertise. Die gleiche Expertise, die Sie hier verabschiedet haben. Tch. 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 kurz hier so was hätten wir hinpacken können so eine stadt wo er die halt keinem gehört also halt nur zum hielen ohne fähigkeit sondern nur halt wirklich so die ersten spot hier kannst dich heilen muss nicht nach der wir zurück das goldapfel archipel heilungszentrum oder wir waren glaube ich sogar hier in der nähe wir waren hier eine gute kann ich auch hier porten dit sollte ja kein thema sein nee dann sind wir auch gleich da okay ich wirklich wo ich noch suchen soll so in der richtung waren wir glaube ich eben oder nein das war die andere richtung ja stimmt das war hier genau da vorne sind wir gerade gewesen auf der kleinen insel guck mal nochmal hier ach ja dafür die also mal wechseln müssen dafür den schub gerade so schön r2 gedrückt und hat mich gewundert dass nichts passiert ist ja kann ja auch nicht wenn man nicht ausgewählt haben na gut aber hier haben wir wenigstens dings ein bisschen was neben hier muss auch noch was jens schnirr kann man jetzt die jahre auswählen ja ansonsten muss ich google tatsächlich das bräuchte noch jahre um was zu finden mal gucken vielleicht haben wir hier ja was naja noch sieht es nicht so aus aber kann sich ja noch ändern oder okay keine echte schnecke das einzige was ich suche und das ist nicht da sehr ernüchternd das ja auch so ein riesen viel besucht danach habe ich aber nicht gesucht dac ist jetzt aber nö 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 Furthermoreler buch rufen muss sich zwar gleich wieder pause machen aber ist ja nicht so schlimm ein bisschen zeit habt ihr noch auch hunde futter muss nun mal sein Ah, ja, das war das Spiel. Ich lauf mal großflächig an den vorbei, ne? Ja! Ey, lauf mal großflächig an den vorbei, ja, die ist klar! Tschüss! Ja, ich kann momentan nicht chatten, will ich auch nicht. Da war ich, glaube ich, schon, ne? Aber hier könnte nur noch was sein. Fahre ich erst mal zu dieser linken Inselgruppe, hier? Ist doch das, ne? Ja. Kann ich jetzt trotzdem noch mal absuchen. Mal gucken. Gucken fahren. Gucken wir mal da vorne, aber hier sind diese Dinger, ne? Diese selbstgebastelten Dinger, oder? Kann ich mir das nicht vorstellen, aber gut. Die sind jetzt auch als Inselgruppe angezeigt. Naja, ich fahre zumindest schon mal drauf zu. Ja, doch, die werden als Inselgruppe angezeigt. Okay. Ich glaube, die sind auch nicht zerstörbar, ne? Kann man nicht kaputt machen. Ah, jetzt sind auch Insel, nur halt bebaut. Okay, hier ist nichts. Okay. Fahre einmal wieder hier zurück und dann kann ich auch gleich erstmal, wie gesagt, kurz Pause machen. Dann haben wir ja schon zumindest, dass wir das abgesucht. Ne. Vielleicht kann ich dann in der Zwischenzeit auch mal gucken, wo die anderen sind. Also internettechnisch. Ich habe ja gesagt, wollte ich dann ja googeln. Hm. An die sich nicht so finden lassen, ne? An die sich so finden lassen, dann, äh, auch schon. Außerdem haben wir ja auch ein paar Wandenehle reinzufinden. Da war ja auch noch was. Ups. Ja. Und tschüss. Ich wollte hier nicht ansetzen. Äh, anlegen. Das war ja dieses... Genau. Wollte ich nicht. Ah, ja, hier. Soll irgendwo eine sein. Ah, ja, okay. Mehrere. Ach, da vorne. Oh, no. No, just listen to me. There's a huge world out there. Monstad. Liyue. Inazuma. Compared to the size of those places, these islands are just a few pebbles in a pond. Yeah. Liyue? What's that? Ah, never mind. Forget it. Alright. That's it then. The rest of my life here, eating nuts and berries and waiting around to die. Okay. Das klingt ja super. Vor allem sehr optimistisch. Ist das jetzt da oben, oder? Naja, eigentlich müsste es ja dann hier irgendwo sein, ne? Wenn es hier nicht ist, dann muss es ja da oben sein. Wohl, hier könnte es auch so sein. Jetzt scheint er ziemlich großflächig zu sein mit dem Ding hier, ne? Der Muschel. Äh, ich um Schnecke. Ist ja keine Muschel. Ich sag ja eigentlich immer Muschel. Hm. Komm ich da hoch? Ich glaub schon. Ich kann's versuchen. Frostgesetzt. Ja, okay. Ich brauch grad sagen. Frostgesetzt ist es nicht doch hier. Ähm, Frostgesetzt. Ich komm auch überhaupt hoch. Ist ja auch mal so ne Sache, ne? Wenn er nicht will, dann will er nicht. Okay, er will nicht. Ach, Mensch. Okay, hier einmal kurz. Ja, dauert noch ein paar Minuten. Ah ja, okay. Das ging schneller als... Hier sind auch noch welche. Cool. Ähm... Welche Richtung war das jetzt? Nö. Ach, da vorne. Ja, ja. Habe ich ihm schon verwendet. Ähm, hätte ich mal nicht machen sollen. Na komm. Ich glaube, ich hab's nämlich... Ich glaube, ich hab's so gefunden. Oder? Ja? Yes. Banner. Banner. Ja. 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 Okay. Ja, vielleicht. Sieht so aus, ne? Ah, okay. Was haben wir da gerade bekommen für? Oder bekommen wir für? Aha. Neue Kleidung erhalten. Interessant. Die anderen sind mir trotzdem keine Sorge. Sag mal, wo können wir die anziehen? Die neue Kleidung, ich meine, wir haben Barbara. Ähm. Ihr. Wieso steht ihr überall neu? Wahrscheinlich haben wir was erfahren, aber... Äh, ich war doch nur... Hier. Sehr schön. Ah, Stimme. Aber es... bringt uns jetzt nicht sehr weiter. Wie können wir denn jetzt, äh... Hm. Ach. Ah. Ja. Mhm. Hat aber hier den Windleiter noch gar nicht gemacht, ne? Ja, welche hatte ich denn für die weiblichen, äh, warte. Nein, falsch. Ähm. Ja, ja. Das ist Flügel der Kameradschaft. Ne, genau. Dann nehmen wir doch mal die Flügel. So, hier hatte ich, glaube ich, schon. Ja, hier sowieso. Ähm, welche hatten wir noch neu? Klee. Hat man noch neu? So, genau. Da, da, komm. Geh mal vorne gucken. Da, 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 komm. Genau. Aber ihr sowieso. The Lookout. Beidou, glaube ich, auch, genau. Äh, hier. Schinkweh. Hatten wir den auch schon ausgerüstet? Nein. Genau. Aber ich ja, dat. Extra. Und bei dir? Ja, doch. Äh, ich glaube, bei ihr auch, ne? Genau. Ja, okay. Ich guck mal kurz durch. Ah, ja. Über ihr sowieso. Über ihr auch. Genau, aber ehrlich, gerade. Und die anderen hatte ich ja auch schon. Sehr schön. Äh, hier konnten wir, glaube ich, nochmal kurz... Iju. Naaah. Ist ja auch irgendwie süß. Gut. Ähm. bleib mal bei deinen erinnerungen ich würde aber trotzdem sagen ich mache kurz pause bei wegen einkaufen und guckt dann dass ich dann gleich noch mal weitermachen so ich würde mal sagen dann machen wir mal weiter weil ich habe die kochte ich habe so ein bisschen guckt ja gerade will nicht so und habe ungefähr schon mal die orte wo ich hinten könnte wenn ich nichts mehr finde ich meine hier haben wir noch mal zwei das sind die karte überprüfen hier vorne ist eine irgendwo vielleicht auch unten guck mal ich glaube die ist unten wenn ich vor wollte noch nicht runter ich wollte erstmal hier oben nach der anderen gucken die fehlen bad lief ja schon mal super ein klassisch guter sport in die aufnahme ich wollte dann mal einfach hier oben gucken meine jüte wo ich runter gehe runter kann ich immer noch aber hier oben gucken wir dann mal mit ladezeit verbunden sein und das ist ja da vorne soll auch immer noch eine seine bitte nicht angreifen hier natürlich greifen sie an und die soll ich hier irgendwo sein wahrscheinlich auch da unten ich dachte ich hätte sie gerade gefunden aber hier ich habe sie sitzt natürlich du ruf kann nämlich nicht einfach ignorieren ok wir wollen wir aber nicht dass du damit reingezogen ist aber ich kann nicht riskieren dass du ruf aufersaust das wäre dann mal hier hoch wir sind echt super da drin klasse ja komm ach ja und das gebiet verschwindet übrigens habe ich gelesen man kann nur im aktionszeitraum hier gedöns und danach ist es weg wer das also verpasst hat wenn da während die folge hier rauskommt das ist nicht mehr da schade eigentlich ich würde mir tatsächlich wünschen dass das hier bleiben würde aber anscheinend also habe ich zumindest gelesen auf der seite wo ich jetzt gerade geguckt habe wegen hier ist er schon wegen den echoeschnecken da stand das ist nicht mehr da ok ok ich weiß jetzt nicht was er meint aber gut in die richtung sollte ich noch mal ich glaube ich gehe noch mal hoch das lief ja jetzt super wollte eigentlich fliegen aber war jetzt mir nicht so gut vergönnt ne also soll doch klettern wollte ich schließlich auf die andere seite ok nehmen wir alles mit was wir kriegen können moment die man in die richtung die soll ja schließlich was abkommen warum brauchst du dann so große gibt es bestimmt auch leichtere ähm ja das haben wir ja nicht gesehen ihr auch nicht ihr habt das auch nicht gesehen ähm da unten ne ja am strand und das whole island is a chunk of monstead mountain a great force dislodged it from the mountain range and cast it into the sea mhm as it fell it began to spin and ultimately landed upside down hence the topography you see today ok antherfende beckett ab und warf ihn ins meer als er viel beganger sich zu drehen landete schließlich falsch herum Ah. Was? Venti hat das gemacht? Ich meine, er wusste hiervon. Aber dass er da, das da zu verantworten hat, das ist mir neu. So. Und hier vertraute Stimmen. Genau, ich hab mir schon gedacht, das ist Albedo. Rausgefunden den Hort. So, ähm. Uns fehlen ja nicht mehr viel. Wie viele fehlen uns denn? Ich wollte noch was gucken. Ah, sechs Stück. Okay. Hier die vier haben wir. Die haben wir, glaub ich, auch schon. Ja, ich würde dann ganz außen gucken. Ah, nicht weg, Seite. Bleibt bitte bei mir. Probelauf hab ich auch grad gesehen, keine Sorge. Ähm. Also das, was möglich ist. Und zwar hier hinten. Das müsste dann die Insel hier sein. Da soll was sein. Äh. Ich nehm mal den hier und schun dann mal dahin, weil da ist ein Wellenreiterrufpunkt. Den können wir nutzen. Nö. Genau. Da hinten soll auch was sein. Weil Glück haben, haben wir den noch nicht, weil, ne. Ja. Sollte ersichtlich sein. So. Müsste ja die Insel dann sein, ne. Apropos Insel. Was haben wir denn eigentlich hier? Ah ja, melde dich im Spiel. Ach, das ist, ähm, ja. Hm. Guck mal mal. Also laut Karte soll da definitiv was sein. Ich weiß nur noch nicht, ob wir da schon waren und deswegen schon mitgenommen haben. Oder nicht. Ich find's so schade, dass die die Insel nicht generell da lassen. Das ist irgendwie doof. Ah, weiter. Ohr juckt. Da war eine Zeit auch mal aufloaden. Nö. Ich hoffe, man hat mich jetzt trotzdem noch gehört. Auch wenn ich da so ein bisschen jetzt beiseite geschoben hab, das Headset. Das Mikro. So. Gucken wir mal. Ah ja, okay. Gut, die haben wir auch noch nicht. Ich glaub, die soll da drin sein, ne. Ich glaub. Okay. Ich glaub. Ich glaub, du bist ein Schatz. Und jetzt, ich glaub, du bist ein Schatz. Ich glaub.